Wir sind Projekt 0708, ein IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in München und Berlin. Wir sind SAP Goldpartner und spezialisiert auf Lösungen im personalwirtschaftlichen Umfeld sowie der Mobilisierung von Geschäftsanwendungen. In der Business Unit Apps & Add-ons entwickeln wir coole Apps, um Ihnen zu helfen, Ihre Prozesse optimal umzusetzen und sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Wir entwickeln dabei Anwendungen im klassischen On-Premise-Umfeld wie auch im modernen Cloud-Umfeld. Nach erfolgreicher Projektimplementierung erfolgt typischerweise eine Übergabe an das Betriebsteam, das in der Business Unit HR Support angesiedelt ist. Dieses Team betreut Sie im Nachgang zum Projekt auf lange Sicht und unterstützt Sie bei dem Betrieb Ihrer Anwendungen. Durch dieses Vorgehen können Sie sich voll auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren und erhalten ein hohes Maß an Sicherheit. Im HR Technology Bereich bei Projekt 0708 kommen wir dann zum Einsatz, wenn der SAP Standard endet. Wir setzen Ihre besonderen Wünsche in SAP ABAP, WebDympro oder auch SAP Fiori um. Mit unserem Bereich HR Consulting helfen wir Ihnen den Herausforderungen des Arbeitsmarktes zu begegnen. Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam innovative Lösungen und Konzepte, um die geeigneten Kandidaten zu identifizieren, für Ihr Unternehmen zu gewinnen und langfristig zu binden. Das alles unterstützt durch Softwarelösungen aus dem Hause SAP.